Gude und wie? Gude wie sehste Halb so gut wie dir Warte mal, was machst du Pannenflicker eigentlich im All-Inclusive? Musst du nicht ohne Kartoffeln schälen? Oh, 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 als bitte Ruhe warste Ich wollt mich doch nur ein bisschen unterhalen Brauchst du neue Klamotten? Äh, was warst du Hasenmehlgeber Klamotten? Einen Haufen, wollen wir zusammen bestellen Was? Wo bestellen? Ah ja Hm? Äh, sag mal Ist das der Engelbert Strauß-Katalog? Hast du es noch all? Ah ja Guck dir's alle mal an, da ist für jeden was dabei Du mit der Jack kannst du draus schaffen bei Wind und Wetter Bäsig Fab, aber da fällt mir auf mit, gell Schon nicht verkehrt 110 Mack Warte mal Wann ich immer Holz machen will Ja? Gibt's da auch etwas? Das kannst du mir weglaufen Da, guck Das ist ja nur brutal her Na, die gute Stahlkappelschuhe für 60,90 Die wollte ich immer schon helfen Ah ja Hi Leonardo, Ubi Den Katalog kannst du ruhig behalten Guckst du erstmal in Ruhe an und dann bestellen wir zusammen die Sachen Brudal Ah ja Ah guck da, auch eine schöne Am Ende machen wir zusammen auf die Baustelle Ah Mädchen Das kannst du nicht weglaufen Was machst du am Montagmorgen? Hä? Ah ja Ich bestell dir die Schleppchen da Hol den Kassenschmuck ein Machen wir bei mir auf den Rohbau Bis zum nächsten Mal Ciao Tschüss